So Leute, wie in der letzten Folge gesagt, habe ich das Schiff entfernt. Ich sehe gerade hier unten liegen noch Komponenten rum. Ähm, so, Jetpack on. Und, ah, jetzt geht's. Ich dachte schon, warum ich nicht fliegen kann. Außer auf die Nase. So, dann haben wir hier Komponenten, nein. Stahlplatten und, was war noch? Nur Stahlplatten, okay. Fixen wir das schon einmal. Bin gerade verwundert. Die Sonne. Bewegt sich die jetzt oder wie? Warum ist sie hell auf einmal? Ähm, es gab gerade ein Update. Ähm, animierte Forster. Die Standard-Forster drehen sich jetzt. So, hu hu hu. Geiles Update, ne? Interessiert uns aber auch relativ. Müssen damit wissen. Busch da. Okay. Egal, ist komisch. Muss man nicht verstehen. Hier werden wir dann auch mal gucken, indem wir es hier wegruppen. So. Da eine bisschen größere Auffahrt machen, weil wir werden dann schauen, dass wir hier runterfahren können. Ja, ihr habt es gerade gehört, fahren. Wir wollen uns dann auch demnächst mal ein Fahrgestell bauen. Dazu müssen wir natürlich erst mal gucken, wie wir am Platinum kommen. Das ist so eine Sache, diesen Platinum, ey. Ich habe echt, ich hätte jetzt mal googlen können, ob das auf Planeten ist oder nicht, aber habe ich vergessen, leider. Ich habe mich wie komisch, weil er kein Ton ist. Wenn er aber schweißt. Normal macht immer klapp, 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 irgendwie so. Aber okay, dann nicht. Gut, dann möchte ich hier auch noch einen Übergang haben. Auch wenn es normal nicht dafür gedacht ist. Die Frage, wenn ich hier runtergehe, geht sich das nur locker aus, ja. So. Denn wenn ich mal wirklich kein Chatback habe, kann ich wenigstens trotzdem rübergehen. Aha, stimmt. Weil ich habe ja da hinten unsere komische Dingsing gebaut, dass ich hier immer aufladen kann. Und deswegen brauche ich da auch Zugang. So. Und hier muss man auch noch zubauen. So. Gut. Aber jetzt eine kleine Brücke drüber. Das mit dem Sensor da ist eine Sache. Die Sonne macht mir auch keine Angst. Option. Grafik. Ich habe jetzt relativ schlecht eingestellt, die Grafik. Ja, damit hier Aufnahmen leichter jetzt damit zu mir ruckelt. Aber, hier kann man es nicht. Kann man game? Da vielleicht irgendwo? Nö. das ist nicht so hellbar, oder? Da habe ich mich da vertan. Ui. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Immer so eine Sache da mit den ganzen Zeugs da. Bei Licht haben wir hier kein an, oder? Von denen vielleicht. Nein, Licht ist nur auf vier. Uuuh. 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 Geht, das heißt es ist generell heller. Es ist auch alles irgendwie ein bisschen besser beleuchtet. Die 60-Frei. Rotiert die Sonne? Aber irgendwas muss das... Es hat sich was geändert, also. Die haben mir die Batchnodes leider nicht durchgelesen, genau. Weil, hier ist vielmehr Nebel. Bei dem Mond kann man es nicht mehr so gut sehen. Aber okay. Den hätte ich eigentlich auch noch zerlegen können, offline-Zeit. Na, egal. Ähm. Und hier unten, das sieht auch, das Gras sieht auch irgendwie witzig aus. Das hat aber, ich glaube, damit zu tun, weil hier so Textur, ähm... Pulsier-Medium. So. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich kann sie jetzt noch besser stellen, möchte ich aber gerade nicht. Was ist das? Was ist das? Hallo? Uuuh. Silikon, wo kommt das her? Ah, was ist das? Stein, 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 Stein brauchen nicht. So, weg damit. Und diese Grasblock hier? Silikon, Silikon. Silikon, nein. Doch hier. Doch, doch. Ja, hier ist relativ viel Silikon, okay. Ja. Ist halt so, ne? Ich bin halt... Alt, doof. Alt und doof. Ähm, so. Silikon hier rein, und? 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 Normal müsste das automatisch dann in der Raffinerie geleitet werden. Assembler. It's this way, genau. Connector 2. Gravel und das ganze Fuel hier. Warum ist das ein Connector drin? Keiner weiß. Das ist, ich glaube, der hier, gell? Ja, den lassen wir doch nicht weg. Auf alle Fälle nervt dieser Sensor hier. Mit nur der Sensor. Hat er den hingebaut an Misskäfer. Hat den eingebaut in Kurier? Mal gucken, wo er den hingebaut hat. Ähm. Wie geht's doof? Hier nicht, da oben vielleicht? Ja, da oben. Ähm. Dann haben wir hier... Bottom, Top, äh, Block, denn, äh, ich glaube, das müsste es sein, oder? 14. Nein. Dann was nicht das. Dann können wir das wieder auf 4 zerstellen. Front, der ist nach vorne, normal. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, nach vorne, da, 5. 3 Meter. Ne, das passt nicht ganz so. Block haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt ja auch nicht ganz so, oder? 1, 3, 3, das wäre was. Geht das ja zu. Nein. Das muss ja schon relativ weit sein, ne? Das muss ja schon relativ weit sein, ne? So. Also auch nicht das. Ähm. 21 vielleicht, dann kann nur das sein. Mal gucken. Ja. Das ist das, okay. Lass mal das mal so. Egal. Dann aber. So, unser Drill läuft. Was ist hier? Ja, hier sind die Oxygenflaschen. Was habe ich noch in meinem Mentor? Stein. Ähm, so. War kein Mensch. Wir wollten zum Mond. Zumindest ich wollte zum Mond. Ähm. Hydrogen. Da haben wir ja auch so hervor. Was da? Ich weiß noch nicht, ob das... Ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen... Äh. Mit diesem Hydrogenflaschen habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Da muss ich... Da muss ich erstmal testen. Das möchte ich jetzt nicht testen daran. Wir werden einfach die... Atmosphärik vorerst da nehmen. Da werden wir ein Tier 4 nehmen. So. Ein Tier 4. Und Fehlstabilisation. Da haben wir... das ist ein Tier 5. Wir beginnen. Undacho. Anwes ist Kritik, das wäre zu lange Suwelzell. Dann kann ich alsoasta метillatuse voiceern... Ich weiß noch slower, oder mal einen kleinen Ak guilt- Partneruer.